Hi Carsten, du warst in den Ferien. Im Juli bin ich mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder Lars nach Griechenland geflogen. Das war ein Erlebnis. Wir haben drei Wochen lang auf einem Campingplatz am Meer gewohnt. Wir haben im Zelt geschlafen und die Eltern in einem Bungalow. Wir haben das Essen selbst gekocht. Papa hat geangelt. Abends haben wir oft gegrillt und frische Fische gegessen. Am Tag haben wir gebadet oder sind mit dem Boot gefahren. Lars hat schwimmen gelernt und ich habe Strandball gespielt und bin mit zwei neuen Freunden aus Holland Wasserski gefahren. Es war einfach toll. Schade, dass die Ferien so kurz sind. Sie sind so kurz nachmorgen. Vielen Dank.